So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung in der Reihe Play the Demo. Heute spielen wir das Stanley Parable Demonstration, also die Demo. Äh, oder Parable, wie auch immer mal die Stanley Parable halt. So, ich will jetzt auch gar nicht lange rumquasseln, man sieht es hier an den Balken, es ist ein bisschen suboptimal. Wähl, Multi-Head, klar, und der Monitor hier, also rechts von hier, der wird halt, wenn ich Vollscreen mache, immer ausgewählt, und der ist natürlich nicht Full HD, deswegen, äh, kacke. So, wie auch immer, wir fangen jetzt einfach an mit der Demo, und dann schauen wir mal. Oh, wer macht sich denn da einen Medizinschrank zu schaffen? Hm, loading, 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 dum-di-du-di-du, da-da-di-du, di-dü-di-di-dong, tram-tum-tum. Ja, während ich lade, könnte ich eigentlich auch mal meine E-Mails lesen, wenn ich die jetzt nur offen hätte. Das wäre natürlich so, oh, ich könnte Updates laden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, also, sind wir da. Das Stanley Parable Demonstration. Also, ich habe sie noch nicht gespielt, ich habe es auch noch nicht angetestet. Ich bin selber gespannt, was da denn groß passiert, ah, passieren wird. Ich kann da lang gehen, oder ich kann da lang gehen. So, da ist ein Pfeil, dem folgen wir jetzt einfach mal, äh, okay, das ruckelt schon ein bisschen. Kann ich hüpfen? Also, ich sehe es gerade nicht. Steuern ist doch ein altes, Shift ist, A-S-D-E-R-T, dum-dum-dum. Schickes Auto übrigens. Das könnte ein VW Golf sein, das könnte aber auch jede andere Karre sein. So, nö, hüpfen kann ich offenbar nicht. Gut, also, wir sehen hier einen kleinen VW Golf. Es ist doch ein VW Golf, oder? Na, da vorne komme ich nicht hin, weil ich da nicht hüpfen kann. Von hinten können wir schauen. Okay, wir sind in den USA. Das dürfte ein VW Golf sein, und das könnte ein, was auch immer sein. Stanley Parable Demonstration this way. Okay, dann gehen wir da doch mal hin. Wie sieht es denn hier aus? Warte mal, ich kann nicht hüpfen, das heißt, patsch. Das heißt, ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme da nicht mehr hoch. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Bisher sieht ja alles noch normal aus. Es hat hier jetzt gerade geruckelt. Das heißt, es kann sein, dass hier irgendwas ist. So, da wird es weitergehen. Komme ich da rein? Nö, tue ich nicht. Komme ich da rein? Nö, tue ich nicht. So, was gibt es da? 27. Your number is 27. Meine Nummer... Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 28. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you, and have a pleasant demonstration. Okay, der Rezeptionist ist blupsen. So, kann ich hier irgendwas machen? Nö, ich kann hier nur rumlaufen. Dann gehen wir doch mal hier nach nebenan. Warning. Do not stand on this side of the fence. Das ist aber doof. Waiting room. Please wait for your number and Ben enter. Thank you. Also, ich kann auch so einfach rein. Okay, die 22. Das ist mir jetzt gerade egal. Ich laufe jetzt einfach trotzdem mal rein. Famous Demo. Ach, be... Beliebte Demos, auch nicht schlecht. Oh, hallo, hallo, hallo. Willkommen to the Stanley Parable live demonstration. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. The teas. Just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? The looming uncertainty. Why don't we drink in the anticipation for a moment? Just for 20 minutes or so. Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Okay, wollen wir das machen? Also, das könnten wir jetzt natürlich machen, aber ich meine, warum sollten wir? 20 Minuten, ich meine, das wäre für mich ein ziemlich einfaches Blade-Demo, ganz ehrlich. 20 Minuten, ja. Oh, got it. You know what would really ramp up the anticipation? If I gave you a little tour of the facility and show you how we make video game demonstrations. Yes, you'll be simply out of your mind with anxiety. Come along this way. Ja, aber ich soll doch bewegungslos hier rumstehen. Ich dachte, das war der Plan. 20 Minuten hat's geheißen. Jetzt stehen wir einfach mal noch ein bisschen hier rum, ganz bewegungslos und 20 Minuten und so. Vielleicht offeriert er mir dann ja noch ein anderes Angebot, wo er sagt, hey, äh, nö. Nö, nö, nö. Äh, nö. Äh, nö. Äh, nö. Äh, nö. Ich wette, wenn ich mich bewege, dann sagt er, äh, du hast dich bewegt, du solltest 20 Minuten warten. Aber wenn ich mich nicht bewege, dann passiert ja nichts, dann langweilt ihr euch für 20 Minuten. Aber vielleicht zeig ich auch einfach... Nö. Nö, nö, nö. Ich warte. 20 Minuten. 20 Minuten warte ich einfach. Einfach 20 Minuten warten. Okay, jetzt hab ich mich aber bewegt. Na, dann kann ich mich auch bewegen. So, dann gehen wir doch mal hier rein. So, dann gehen wir doch mal hier rein. Ich würde sagen, in der Vollversion erwarten wir genau das Gleiche. Deswegen laufen wir hier einfach mal lang und laufen hier mal ums Eck und laufen mal darunter und laufen mal darüber. Äh, nehmen wir mal den. How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? You see, our choices really do illuminate the very intangible nature of our minds and souls. Pervert. Äh, das wusste ich auch vorher schon, danke. So, ähm... Okay, what else can I show you then? This place is the buffalo of game design. Nothing is wasted. Oh, da unten geht's runter. Da unten geht's runter. Oh, die Wandtechnologien. Oh, da werden einem die Wandtechnologien. Oh, die letzte Wahl. Oh, Emotionen. Oh, 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 was gibt's denn da hinten? Oh, Komplimente. Oh, Demo-Status. Demo in Progress. Geil. Also, äh, sehr lustig. Sehr, 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 sehr lustig. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal als allererstes mache, ist erstmal hier runtergehen und zu gucken, was hier hinter der Wand ist. Isolation... Isolation Chamber. Ist natürlich nicht schlecht. So, da komme ich aber offenbar nicht rein. Deswegen gehen wir doch mal erstmal in... Ja, wir schauen uns die Technologie der Wände an. Das ist sicher ein guter Plan. Ich denke, du findest das spannend. Wir haben tatsächlich eine Wände entwickelt, die du durchlaufen kannst. Geh' vor, gib' es einen Schuss. Äh, es gibt Wände, durch die ich durchlaufen kann. Das ist ja faszinierend. Das ist ja eine... Hm, ich glaube, es ist noch in Entwicklung. Genau. Okay, weiter geht's. Wie ist die Antizipation? Sie fühlen sich noch nicht? Nein, nein, wir haben schon diesen Raum gesehen. Wenn es dir das Problem schafft, um einen anderen Knopf zu drücken, kann ich dir sagen, dass du noch ein Perverter bist. Da oben, was gibt's denn da oben? Out of order. Also, ich denke, da würde eher passen out of reach. Aber... Lass uns doch mal zu den Knöpfen gehen. Oh, Knöpfe. Knöpfe. Ganz viele roten Knöpfe. Zum Drücken und Lecken. Und... Okay, ich geh' ja schon. So, ich geh' ja schon. Demo, Status. Also, die Wandtechnologie, die haben wir uns ja schon angeschaut. Sagt er da noch was? Nö, da sagt er nichts. Da sagt er gar nichts. Ähm. Oh ja, komm, Emotionen. Emotionen, dass das... Der Sinn des Lebens und des Universums und alles und überhaupt ist natürlich... 42, nicht Emotionen. So. Now, here's what we use to convey story. These booths convert text from a story into raw emotion. Go ahead. Step into one of them and feel the sheer power of narrative exposition. Oh ja. Was ist denn hier? Confusion. Emotion booth. Embarrassment. Happiness. Courage. Discovery. Despair. Verzweiflung. Also erstmal sind wir an Discovery interessiert. Was though and within the shame he carried that ocean breeze did drift. The fierceness of the tithes. The inevitable collapse of their kingdoms. Washed ashore. Bereft of shame. Martyrs devoid of a cause. Ripping and tearing at the eternal seams. A vessel without a captain carrying itself like plastic in the wind. Hinting at a purpose that was true in some distant memory. If only it could decipher through times veneer whose memory it wanted to be. Where did these cliffs go? Oh, these crags that we stood upon, they shielded us from our own ignorance, spoke coddling words and wrapped our vulnerability in a woolen cloth, that so many times I tried to set aflame. Ah, now we have to save at least a few emotions for the full game. Oh, my God, also the humor is really funny. Ja, that's me. That's me, that's me. Why don't we have to watch our buttons? You went in both boots? Oh, how vulnerable of you? If at any point during the demo you need to cry, just let me know, and we can take a minute. So, okay, haben wir das auch erledigt? Ähm, oh ja, ich will Komplimente hören. Oh Gott, ist das witzig. Gott, ist das witzig. So, äh, Komplimente. Also irgendwie, das Ding ist mehr so ein Erzählspiel. Du läufst irgendwo hin und dir wird irgendwas erzählt. Also ich fände es bisher sehr, sehr, sehr lustig. Also ich meine, das erzählt natürlich nichts über das Spiel, das ist mir schon klar. Aber es macht halt schon mal so ein bisschen deutlich, was einen so grob erwarten könnte. One of the most important parts of administering any demonstration is pumping up your ego and appealing to insecurities about your sense of self-worth. That's why we use this room to develop cheap Komplimente to shower on the player during the demo. Go ahead and press that button to see some of the superficial flattery we've been cooking up. Oh ja, oh ja, da bin ich gespannt. Wie könnt ihr mein Selbstwertgefühl aufpäppeln? Ich bin so wertlos. My heavens, I've never met someone who can consume as much Uranium in a single sitting as you can. Just look at you go. Genau, gebt mir noch Uran. Noch mehr Uran. Of all the people I know who are playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, your performance is easily in the top 5,000. Top 4700 even. I won't go as far as 4,600. Oh my God, that's so cool. Oh my God, that's so cool. That's so cool. That's so cool. Hmm. Let's see. Oh, this is embarrassing. I really can't think of anything else to say. No, no. You've really exhausted my list of Komplimente. Goodness. That was fast. Either you or this department has a lot of room for improvement. Okay then. What's next? Na, that's is doch auch ein Kompliment. Ähm. Dass es noch viele Optimierungspotenziale für dich gibt. Okay, cool. Dann waren wir hier in diesem Komplimenteraum. Dann fragen wir doch mal nach dem Demo-Status. Demo in Progress, also. This device tells you whether or not your insider video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not your insider device that tells you whether or not your insider device your insider video game demonstration okay no danger nothing in this room will kill you wie langweilig okay die demo ist aktiv wurde dann haben wir noch die chance uns noch mal die geilen knöpfe anzugucken sonst blamiere ich mich hier noch das kann ich ja nicht machen gut dann die letzte wahl so do you like the stanley parable und da ist der ausgang so da kann ich auch schon wieder rausgehen aber mag ich die also bisher was ist perhaps the most important your encounter in the demo this is where we determine whether or not the demo has been effective whether it's conveyed the wit and soul of the stanley parable in such a compelling way that you reach immediately for your credit card to purchase the main game oh I must say I'm so excited to hear your response I really do think we've crafted something special here and I look forward to hearing whether or not you agree ja also ihr seid zumindest ein bisschen kreativ was die antwort angeht ich will jetzt aber sagen dass mir das spiel nicht gefällt ich finde es total scheiße hier man ist das alles scheiße ich glaube ich muss noch mal die knöpfe angucken damit ich mich ein bisschen aufbauen kann es reicht alles gut ich vergess die knöpfe nein ist gut so gut gut ist für eine demo natürlich jetzt ziemlich kurz und ziemlich knapp deswegen hauen wir einfach mal ab okay das war die geschichte dann kann ich ja hier wieder rausgehen however it's still important that we address safety concerns please closely observe the following possible negative side effects of playing the stanley parable if you agree to be held 100 responsible for any and all injury or long-term damage mental physical or otherwise that may occur while playing the demo please do not press the large red glowing disagree button at this time nothing no objections you're quite sure about that in the event that you do experience one or all of the previously listed symptoms let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated please step into the dance perimeter please step into the dance parameter nö ich will die demo nicht beenden nö 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 ich will die tür hier aufmachen nö ich will hier wieder rein ich will hier wieder rein ich will durch eine wand laufen ich will durch wände laufen ich will durch wände laufen na gut aber ich will da nicht ich will da nicht drauf ich will durch diese monitor monitor ihre granulな update Jahrzehort nö 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 x2 Nö 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 Funktion we have to кomsabudget give to ourselves conden nége 라 offended sacrificed later Drige качество nö 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 happen Eine dancehorse habe ich gekostet und verlegen Ähm... Nö. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich. Ach komm, was soll's. Wir laufen da rein. Was ist da? Hm, seht ihr das? Da hinten sieht man die Dance-Plattform nochmal. So. Eigentlich hätte ich hoch, runter und so weiter machen können. Naja, gut. Egal. Wir gehen hier durch die Tür. Ach, ist das süß. Ist das süß. Wir können den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh, warte. Was? Was machen wir hier? Willkommen zur Stanley-Paravel-Demonstration. Dein Nummer ist 29. Wenn dein Nummer ist displayt, bitte in die Demonstration-Rum. Danke. Und eine leise Demonstration. Gut. Wir kennen den. Okay, ach. Ich bin verloren. Lass uns nur zurück in die Green-Rum und beginnen die Demo wieder. Ich muss mir das erste Mal etwas falsch gemacht haben. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich muss auf die 29 warten. 29, 29, 29, 29. Ja. Du kannst nur gehen. Du kannst es jetzt machen. Lass uns das zweite Mal machen. Ich weiß nicht, wie keiner das ausfällt. Wir können das nach der Demo wieder. Ja. Du möchtest das? Ja. 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 Ja, ich liebe diesen Kommentator. Der ist echt super. Muss ich echt sagen. So. Dann laufen wir mal schon mal vorsatz. Ganz vorsichtig. 25, 25. Didum, 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 didum. Oh, die Kaffeetasse ist auch super lecker. 26. Oh, die Uhr. Wie viel Uhr haben wir so eigentlich? Wir haben... Halb elf. 28. Und... 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 Wir können jetzt weitergehen. Die Demo. Hm, das sieht mir nach Half-Life aus, oder? Ja. Was war das? Splinter Cell vermutlich? Äh. Nein, Moment. Wie heißt denn der? Snake. Snape. Snake. Snake. Äh. Ist das Splinter Cell, oder wie heißt denn der? Sag mal, wieso weiß ich jetzt den Namen nicht? Was ist denn das? Ähm. Sag mir gar nichts. Ist es nicht dieses Gunpoint? Und was ist das? Sag mir auch nichts. Okay, Half-Life und irgendwas mit Snake. Okay, hi. Okay, hier wir gehen. Die Stanley Parable Demo, take two. Find the Demo, learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. Oh, warte, was ist das? Die Nummer 8. Da gibt's einen Knopf, den können wir drücken. Mit irgendwelchen Türen. Wir können auch da hinten durchlaufen. Und dann schauen wir uns mal an, was das hier ist. Und, äh, ich glaube, das wird einfach so ein großer Brain-Fuck. Das wird cool. Äh, klick. Eight. Eight. Wait, 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 wait. This is all wrong? This isn't the Stanley Parable. This is a game where you press a button and it says eight. Not only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number eight, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Why is it here instead of the Demo for the Stanley Parable? Where did the Demo go? There was an actual Demo here before. Something has gone wrong. It's all gone horribly wrong. We need to get you out of here before you start forming impressions of the Stanley Parable based on whatever the hell this eight game is. We need to get up. We need to start over. You mustn't stay here another minute. Out, out, out. Go, go, go. Eight. Oh. Eight. Now, I think perhaps you've misunderstood me. So let me reiterate as clearly as I can. This is not the Stanley Parable. What you are doing is pushing a button over and over that does nothing but speak the word eight. Eight. Has that gotten through? Yeah, that's have I... Eight. 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 Warum würde ich nach diesem elaborativen Setup nur demonstrieren ein Spiel, der nicht nur eine Sache macht, außer dem Wort 8 zu erzählen? Die Waiting-Room, die Green-Room, die Tour der Facilität, all of das für keinen Grund, außer dem zu contextualisieren, und zu entwickeln diese bestimmte Spiel. Warum? Was ist das Spiel, der das Zeit und Aufmerksamkeit verdient? Hast du etwas in es gesehen, dass ich nicht sehe? Ah, Knöpfe! 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 Okay, hier ist das Problem. Es ist nicht möglich, dass du immer das die Stanley Parable denkst. Ich habe den Fakt schon sehr viele Mal zurückgezählt, das bedeutet, dass du jetzt consciously wählst, die aktuelle Demo, so lange wie möglich. Ist das es? Bist du Angst, der Stanley Parable? Ich denke, eine andere Möglichkeit ist, dass du mich nicht hörst, weil du mit dem Geräusch aufhörst. In welchem Fall, was du überhaupt nicht aus dem Egg-Game in der ersten Stelle? Das Scenario ist vielleicht sogar noch mehr konflikt. Was? 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 Die Erfahrung von einem Knopf drücken und es sagt, EIGHT! 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 Nein, war's nicht. Ich liebe nur einfach Knöpfe. Ah, Knöpfe. 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 Wenn du deine Metrik für Qualität in einem Spiel bist, wenn wir die Stanley Parable kommen, dann wird er froh, schocken, blööön, weg. Jeder von deinen Fakulten wird erraten von der Erfahrung von einem Spiel, der nichts mehr macht als 8, über und über. Ja, ich kann nicht warten für dein hele Welt zu werden, und wieder neu. Ein Magical Moment wird alle zusammengebracht. Ah, Knöpfe. Ich bin nicht so, dass ich nicht wissen, was passiert ist. Du bist so untertrennt von diesem Spiel, dass du nicht zuerst spielen kannst, bis du ausgesucht ausgesucht hast. Na, sagst du was. Ich werde einfach hier sein, und warte für dich zu Ende. Ich bin sicher, dass die Stanley Parable-Demo immer noch irgendwo da sein wird, wenn du alles fertig bist. In der Zwischenzeit werde ich dich stoppen, zu erinnern. Und ich lasse es einfach aus deinem System. Bitte, genieße das 8-Game. Gehe so viel Zeit, wie du brauchst. 8. 8. 8. 8. 8. So, jetzt ist aber gut. Obwohl... Knöpfe. So, aber jetzt. Gut, dann widmen wir uns doch jetzt endlich mal. Oh, du bist fertig. Nun, in diesem Fall... Was sagst du, dass wir zurück zum Geschäft kommen und diese Demo von der Oberfläche starten? Hä? Ne, die Türen sind zu. Dann düsen wir hier ums Eck und düsen da ums Eck. Eins, zwei, düsen da ums Eck, gehen hier wieder raus. Willkommen zur Stanley Parable-Demo. Dein Nummer ist 30. Wenn dein Nummer ist 40, dann kannst du dein Nummer. Okay, jetzt nehmen wir eine Minute, um etwas zu verstehen. Wenn du diese Demo spielst du, wirst du eine Anzahl für seine Anzahl für seine Anzahl für seine Anzahl für seine Anzahl. Nun, ich kann nicht sicher sagen, ob wir uns die 8-Game haben, sondern die Stanley Parable, aber ich denke, dass es eine ziemlich sicherste Assumtion, dass du etwas zu tun hast. In diesem Zeitpunkt, bitte nehmen Sie eine Minute, um alle die Fehler, die du gemacht hast, in dieser Demonstration zu spielen, sobald deine Anzahl für deine Anzahl für die Demo in generell. Geil, ich liebe Knöpfe. Oh, das waren wahrscheinlich wirklich die Knöpfe. Wunderbar. Ich konnte wirklich die Introspection auf meinem Ende fühlen. Jetzt, dass wir alle wieder auf der gleichen Seite sind, fühle ich mich bereit, die Demonstration wieder einmal zu versuchen. Ja, schieb mich halt erstmal weg. So, wir laufen hier durch. Was? Nein, 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 nein. Es kann nicht mehr sein. Du hast nichts gesehen. Alles, was zu demonstrieren, warum der Stanley Parable ist eine Qualität, wertvolle Zeit und Geld. Es war hier, irgendwo, ich bin sicher. Oh, nein, 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 nein. Wir müssen hier rauskommen. Wir müssen nachdenken, für Sie ein anderes, Die Demo kann nicht so enden. Ah, hurry, hurry. This way. Oh, Knöpfe! Okay, ja. Das ist neu. Das ist anders. Wahrscheinlich, da muss ein Spiel irgendwo hier sein. Okay, okay. Oh, wie geht das? Diese Kappe? Ja. Geh die Kappe. Aber da gibt's Knöpfe! Ich will Knöpfe drücken! Menno! Knöpfe! Knöpfe! Was gibt's denn hier? Emotion Booth. Okay, komm. Er will, dass wir die bescheuerte Tasse aufnehmen. Wir nehmen die bescheuerte Tasse auf. Alright, jetzt put it, ähm, ähm, in the bin. You did it! You won! You know what you get for winning? An achievement. Wow! The Stanley Parable just keeps getting better and better. So, let me take a little survey of your experience. Based on what you've played so far, would you purchase the Stanley Parable? Ah, I don't get it, what... what a clear and straightforward demonstration of the merits of the Stanley Parable. I am convinced of the quality of the full game. Incredible! You really do get it. You understand. Oh, I was so worried. I just wanted you to know what I see in the Stanley Parable. What I think makes it, well, special. It's so very difficult to put into words. Oh, we're all beyond that now, aren't we? Come along. Let's get to the end and the final choice. Eh, super. Ending, ending, where are you? Where are you? Okay, da kann ich rein, ich kann aber auch diesen großen fetten Disagree Button drücken. Also irgendwie bin ich versucht da rein zu laufen, aber ich könnte auch diesen großen fetten Disagree Button drücken. Okay, der nichts macht. Das heißt, wir laufen da durch. Is this it? Yes, the end. Now, this is where we want the demo to be opened. And I think it's time for you to log your final decision as to whether or not the Stanley Parable is any good. And it all comes to this. Please consider very carefully before answering. Much is at stake. Also, ich find's schon witzig, muss ich sagen. Ich will natürlich ja drücken, aber ich bin versucht nein zu drücken. Ich bin versucht nein zu drücken. Ich find's witzig, ganz ehrlich. Also, äh, an diesem Punkt muss ich sagen, die Demo finde ich sehr, 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 sehr lustig. Ähm, und ich bin jetzt natürlich sehr, 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 sehr neugierig auf das Spiel, aber, ich will jetzt, außer reiner Neugier, reine Bösartigkeit, reines Irgendwas, will ich jetzt eigentlich nein drücken. Aber um ehrlich zu sein, ja. Is it working? I, are you sure? Are you sure you press the button? What? No, we finished the demo. Did it start again? Hello? Is anyone there? They already finished. They said they liked it. I need someone to stop the demo. Hello? We need to go back. We need to get out of here. Oh, wir können da lang gehen, wir können aber auch zum Exit, ne, können wir nicht. Okay, also, wir müssen da lang. Aber hier sind Knöpfe! Boah! Oh, no, no, what's going on? Where is everyone? Okay, over to the left, down this way! The end. Komm, ich will mal no drücken. No. No. Ah, jetzt kommen wir da rein. In die Isolation Chamber. Oh, nice and quiet. Finally. Well, I suppose we can both agree that I failed, haven't I? My job was to be a teacher, and I so badly wanted to teach you exactly what the Stanley Parable is supposed to be, but, but somehow I couldn't. Well, at any rate, I don't know if I care for the Stanley Parable anymore. Do you think any of this is actually in the main game? Honestly, I doubt it. What would that even look like? No, I think I've had enough of it. No more doors, no more demonstrations, no more endings. That's the other problem with this game, there's too many bloody endings. I'm sick of them. How come one game ends so many times? It doesn't make sense. Oh, but back at the beginning of the demonstration, ah, that was lovely. no concerns about where it was all going, no confusion, just a blank slate. Yes, that's what I want, a game of beginnings. Hey, do you remember, just a few minutes ago, when we met for the first time, and I showed you the technology used to make the demo, because I thought there actually was a demo. Oh, we were so naive back then, how little we knew of the world. And then, when we ended up back in the waiting room, even though you'd already done that before, yes, it's all so fresh in my memory. They were such wonderful moments. Oh, and then when we played the game with the cup, and you won, and then we kept wandering, and we ended up in a stairwell somewhere, and we just kept climbing and climbing, flight after flight after flight. I thought they would never end. And then we were on some kind of catwalk. I didn't have any idea what was down there. Did you? And we just kept going, and we found that elevator, and it said escape on it. We talked about it for a while, about how we couldn't possibly know whether this was really an escape, but that it seemed worth a try, and at the very least it would be an adventure. So we got inside, and we rode the elevator up and up and up, and we had some sense that the end was coming, but we couldn't possibly know when. And then after so long it finally stopped, and we stepped out into the lush outdoors, the trees, the wildlife, the sun rising on a new and glorious path. Freedom. We were free. There was nothing to think, nothing to know. Simply us being right there in that moment. Wasn't it so beautiful? Wasn't that moment so singularly, piercingly beautiful? We were free. .... ... ... ... ... ... So, das war also die Stanley Parable Demo, die es zu kaufen gibt bei Steam, seit einiger Zeit natürlich jetzt schon, also nicht out now, sondern schon seit welchen, und ja, das war die Demo, ich fand sie sehr lustig, ich denke, ihr habt das mitgeregt, fand ich sehr lustig, macht, weckt die Neugier natürlich, macht es ein bisschen neugierig, ich muss mal schauen, weil ich habe mir eigentlich als Prämisse gesetzt, dass ich erstmal die Spiele spielen muss, die ich habe, bevor ich mir neue Spiele zulege, aber das Spiel ist auf jeden Fall eines, das irgendwann mal auf die Liste kommt, denke ich, Wenn ich es dann mal irgendwann mal erwerben sollte, dann werden wir das natürlich zusammenspielen, ich freue mich drauf, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, und auf Wiedersehen, und besorgt euch das Spiel, oder spielt selber die Demo, amüsiert euch so wie ich, und besorgt euch das Spiel, bis dahin, und auf Wiedersehen, und ciao!